Guten Tag, mein Name ist Prof. Dr. Anne Streitbürger, Chefarzt der Klinik für Tumororthopädie. Ich freue mich, Sie am kommenden Samstag, am Krebstag Ruhr, im Universitätsklinikum Essen begrüßen zu dürfen. Es ist eine für mich schöne Gelegenheit, mit Patienten und deren Angehörigen in Kontakt zu treten und über die Krankheitsbilder zu diskutieren, auf ihre Probleme einzugehen, auf ihre Fragen einzugehen und mit ihnen in Kontakt treten zu können, außerhalb vielleicht der klassischen klinischen Alltagsräume.